Dann bitte ich jetzt die Beiträferierenden nach vorne, damit wir ein kurzes Podiumsgespräch durchführen können. Mir brennen nämlich noch ein paar Fragen unter den Nägeln und euch sicher auch. Ja, beginnen wir doch einmal mit der Frage, die eigentlich die Basis ist für unser ganzes Gespräch hier. Was sind die Grenzen der Transparenz? Unser Gespräch drehte sich eigentlich darum, wer darf wann wie viel sagen? Wer soll wann wie viel sagen? Und wir haben das Spannungsverhältnis zwischen den Beamten, das nehme ich jetzt ein bisschen auf meine Seite, den Beschaffenden, die möglichst wenig sagen wollen, so habe ich ihren Eindruck wieder gespürt, und den Anbieterinnen und den Journalisten, die möglichst viel sagen wollen. Vielleicht die Frage, gibt es für Sie, Reto Vogt, berechtigte Grenzen der Transparenz? Und wo liegen die? Es gibt sicher Grenzen, wenn Sie zum Beispiel die öffentliche Sicherheit betreffen als Beispiel, und wenn es auch wettbewerbsrechtliche Konsequenzen hat, wenn etwas über einen Anbieter gesagt wird, dass dessen Wettbewerb interessieren könnte. Das habe ich durchaus Verständnis für Grenzen der Transparenz. Ansonsten fehlt mir das Verständnis. Ehrlich gesagt schon, wenn Geheimnis gekrämert wird, und wenn Sachen unter den Teppich geschoben werden. Man kann auch mit uns Journalisten und Journalisten offen umgehen und sagen, dieser Teil ist off the record, zu deinem Verständnis. Wir halten uns daran und schreiben das nicht. Es ist auch eine Möglichkeit, in einem Gespräch mit uns Medien Dinge auszuloten. Man kann auch miteinander abmachen, was berichten wir, was berichten wir nicht. Und so bleibt es dann unter uns eigentlich. Und da akzeptieren wir dann auch gewisse Grenzen, auf jeden Fall. Können Sie das vielleicht ganz kurz erklären? Ich denke, nicht alle kennen diese Fachbegriffe on the record, off the record, on background. Was gibt es da für Spielregeln, die Sie mit Ihren Gesprächspartnern ausmachen? Also die Spielregeln werden im Vorhinein abgemacht. On the record heisst, man darf alles schreiben, was gesagt wird. Off the record heisst, man darf nichts schreiben, was gesagt wird. Und ein Hintergrundgespräch oder Background heisst, dass man miteinander spricht und dass gewisse Informationen daraus, das wird auch in Rücksprache wieder nach dem Gespräch, in Artikeln verwendet werden darf. Allerdings ohne direktes Zitat mit der Person, die das gemacht hat. Frau Fuad, was sind aus Ihrer Sicht, aus Anbietersicht, die berechtigten Grenzen der Transparenz? Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich möchte nicht wissen, was haben die anderen für einen Preis gehabt? Was hat die Kollegin von der TINUM angeboten? Oder was hat Ernie angeboten, Eraneos, wer auch immer? Ich möchte einfach eine Range wissen. Und ich denke, die Grenzen sind da, dass ich nicht die Integrität verletze, der Angebote, wie wir es auch dort gelesen haben. Aber einfach einen grundsätzlichen Einblick in die Angebote kann man ja schon erhalten. Was muss geschehen, dass alle Stakeholder gleichzeitig gemein auf ihre Kosten kommen? Wir haben jetzt hier von drei Stakeholdern gesprochen. Wir haben die Anbieter, die möglichst viel Infos wissen wollen, damit sie es nächstes Mal besser machen können. Wir haben die Journalisten, die einen öffentlichen Auftrag haben, Wächterfunktion der Medien. Und wir haben die Beschaffungsstellen, die einfach keinen Stress möchten und ihre Beschaffung erfolgreich durchbringen möchten. Wir haben schon verschiedene Ansätze gesehen, aber vielleicht Herr Vogt sieht zuerst, was müssen die anderen beiden machen, Auftraggeber und Anbieter, damit alle auf ihre Kosten kommen. Also ich glaube, dass es alle drei braucht. Dass ein offener, transparenter, fairer Umgang miteinander durch gute Kommunikation, dass das allen hilft. Da bin ich fest davon überzeugt, dass es halt nichts hilft, wenn man einfach seine Beschaffung durchbringen will, ohne störende Journalisten, die blöde Fragen stellen. Das ist relativ schwierig und das ist auch nicht zielführend. Frau Fuhrt? Ich denke einfach, Awareness ist ein ganz wichtiges Thema. Herr Vogt möchte die Öffentlichkeit informieren und hat damit sein Interesse. Ich möchte ein besseres Angebot beim nächsten Mal einreichen, also habe ich mein Interesse. Und die Beschaffungsstelle möchte sich natürlich ein bisschen zurückhaltend äußern, um nicht irgendwie einen zu bevorteilen oder zu benachteiligen. Aber ich denke, wenn wir alle Awareness für die Ziele des Anderen haben, dann gehen wir alle einen Schritt aufeinander zu und bekommen das auch gemeinsam hin. Ich habe da noch kurz versucht, die juristischen Grenzen der Transparenz aufzuzeigen, die auch nicht immer selbsterklärend oder selbstverständlich sind und man sich auch ein bisschen zusammenklauben muss. Herr Vogt, sind Sie der Meinung, dass diese Grenzen richtig gezogen sind? Also ich glaube schon, dass diese 20-Tage-Frist, dass die richtig ist. Das hören wir oft von den Behörden. Wir können erst nach Ablauf dieser Frist etwas sagen und das akzeptieren wir dann auch und fragen dann nach Ablauf dieser Frist dieselben Fragen halt noch einmal, die dann meistens beantwortet werden. Und Frau Vogt, Sie haben schon das Dilemma angesprochen. Sie möchten möglichst schnell eine Antwort, weil Sie auch immer noch auf die möglichen Beschwerden schielen. Jetzt sagt Ihnen aber der Auftraggeber, ja, vor dem Ablauf der Beschwerdefrist sage ich eher weniger. Was ist Ihr Verständnis dafür? Ja, dass wir uns einfach innerhalb der gesetzlichen Vorgabe bewegen und die sagt, dass ich das Anrecht habe, dass ich das Debriefing vor dem Ablauf der 20 Tage haben darf. Und das möchte ich dann auch einfach einfordern und dass es im Rahmen der genannten Gesetze dann die Informationen gibt. Vielleicht noch eine Klammermermerkung dazu. Im Gesetz steht nicht, dass das Debriefing innerhalb der Beschwerdefrist stattfinden muss. Also der Gesetzgeber schweigt sich dazu aus. Man könnte durchaus die Meinung vertreten, dass das im Sinne des Gesetzgebers wäre. Aber so steht das nicht im Gesetz. Vielleicht als Folgefrau dazu an Sie, Frau Vorat, Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, ich möchte möglichst schnell ein Debriefing, weil ich ja sonst keine Chance habe, eine Beschwerde zu machen. Haben Sie nicht Angst, dass gerade eine solche Aussage, die die Auftraggeber noch eher davon abhält, Ihnen offene Auskunft zu geben, wenn Sie das Gefühl haben, ja, Sie möchten ja nur eine Debriefung Material für eine Beschwerde zu erhalten. Ich denke, dass die beschaffenen Stellen auch hinter Ihren Zuschlägen stehen und damit auch in der Lage sind, mir entsprechend innerhalb der Frist Aussage und Rede und Antwort zu stehen. Was ich meinen Leuten in der Verhaltung auch sage, ist, macht ein solches Debriefing, macht ein gutes Debriefing, macht ein schnelles Debriefing und zwar nicht, um stofffreie Beschwerde zu schaffen, sondern um im Gegenteil eine Beschwerde gerade zu verhindern. Ich bin überzeugt davon, wenn wir als Auftraggeber transparent aufzeigen können, wieso wir so und nicht anders entschieden haben, dass das dann die Anbieter davon abhält, eine Beschwerde einzulegen, weil erst mit der Beschwerde haben die Akteneinsicht und können das Ganze dann auch nachlesen. Kann das auch eine Variante sein, dass ein Debriefing Sie von einer Beschwerde abhält? Ja, definitiv. Ich meine, wenn ich konkrete Aussagen habe, dann kann ich es auch nachvollziehen. Aber wenn ich höre, es ist 0815, ja, dann rauft es mich vielleicht eher auf den Plan, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Deswegen, ich kann das nur unterstützen. Ein gutes Debriefing hält eher von einer Beschwerde ab. Definitiv. Es ist ja sowieso falsch, wenn eine Beschaffungsstelle Angst vor einer Beschwerde hat. Dann ist etwas Grundsätzliches schief gelaufen. Wenn man sich, ojö, hoffentlich sagt niemand was, dann ist etwas unsauber gelaufen, würde ich jetzt aus meiner Warte sagen. Und wenn man es sauber gemacht hat, dann muss man auch nicht Angst vor einer Beschwerde haben, sondern kann offen und transparent informieren gegenüber den Anbietern und gegenüber der Öffentlichkeit, also uns Medienschaffenden. Und wenn man sich halt nichts vorzuwerfen hat, dann gibt es auch nichts nachzubohren. So einfach ist das. Ich verstehe diese Perspektive schon. Mir ist ein Satz aus der letzten Beschaffungskonferenz im Gedächtnis geblieben, wo ein Vertreter der Behörden gesagt hat, was er von seinen Projektleitern jeweils hört, ist, bloß keine Beschwerde, sonst sind wir tot. Also die Furcht vor Beschwerden ist gross. Und ich behaupte, nicht weil die meisten Beschaffenden schlecht arbeiten, sondern weil es ein Riesenblockierungspotenzial hat. Wenn das Gericht aufschiebende Wirkung gewährt, dann ist das Projekt mal für zwei Jahre tot. Und das ist das Schlimmste, was aus Beschaffungssicht erfolgen kann. Bevor wir jetzt ins Mittagessen gehen, möchte ich noch einmal das Podium öffnen für Fragen aus Ihren Reihen. Ja, Steven Baltes. Eine Frage an Herrn Vogt. Sie haben Ihnen aufgezeigt, was die rechtlichen Grundlagen sind, auch in Bezug auf das Öffentlichkeitsprinzip. Und ich denke, die Medien sind ein wichtiger Faktor und die halten sowohl Lieferanten wie auch auf der Gepo Accountable, dass faire und transparente Ausschreibungen durchgeführt werden. Mein Eindruck in jüngerer Zeit ist aber auch ein bisschen, dass dieses Öffentlichkeitsprinzip auch etwas als politisches Instrument eingesetzt wird. Und da wollte ich fragen, wie Sie dazu stehen, beziehungsweise wo Sie da ein bisschen die Grenzen sehen, wenn man von diesem Recht Gebrauch macht. Weil ich denke, immer ein Recht ist ein Recht, aber zu dem muss man auch Sorge tragen. Ich finde auch, dass man damit nicht überbordend umgehen sollte, sondern das gezielt einsetzen und halt nur dann einsetzen, wenn die vorherige mehrfache Kontaktaufnahme mit den Behörden zu nichts geführt hat. Ich war lange in Kontakt mit den Behörden, bevor ich diesen Weg via Öffentlichkeitsgesetz in diesen beiden Fällen, die ich erwähnt habe, gewählt habe. Und das ist halt Ultima Ratio. Und wenn es nur, wenn es um wirklich etwas Wichtiges geht bei einer 0815 Beschaffung, mache ich das nicht, natürlich. Aber wenn es um wichtige Dinge geht, wie öffentliche Daten in der Bundesverwaltung oder um die EID, wie die Identifizierung funktioniert und die Behörden sich halt wirklich querstellen, trotz mehrfachem Nachfragen, dann wähle ich diesen Weg, um so an die Informationen zu gelangen. Aber wirklich sehr vorsichtig und mit Bedacht. Das ist, finde ich, wichtig, ja. Also das war jetzt nicht auf Sie bezogen. Ja. Es war nicht auf Sie bezogen generell, sondern es waren eher Ausschreibungen, wo eigentlich von vornherein klar ist, dass auf Gründen von Geheimhaltung und nationaler Sicherheit das zu nichts führt, oder? Also ich habe ja auch gehört, dass es deutlich mehr Anfragen via Öffentlichkeitsgesetz gab, als auch schon, wie viele das sind und ob das politisch eingesetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Ich finde den Satz, Thomas, den du gesagt hast, mit, das ist das Schlimmste, was es gibt, eine Einsprache zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob man so denken sollte, weil das Schlimmste, was es gibt, ist, dass die Marktmacht, die die öffentliche Hand hat, mit all den IT-Geldern dazu führt, dass irgendwann die Firmen sich zurückziehen und sagen, zwar ist das Geld dort und wir könnten dort Aufträge gewinnen, aber wir wollen nicht, weil irgendwann haben wir einfach die Schnauze voll, so auf gut Deutsch gesagt. Ich glaube, was man sich überlegen könnte und ich finde das noch spannend, wir haben eine sehr hohe Transparenz bei Zuschlägen, wir haben eine hohe Transparenz bei Ausschreibungen, wir haben gar keine Transparenz, um zu sehen, wo ist überhaupt mal eine Beschwerde eingereicht worden. Es heißt immer, oh, es gibt Beschwerden. Also das fand ich heute Morgen in dem Vortrag sehr spannend. War das Kanton Bern? 17 Einsprachen versus jetzt nur noch 11. Und was mich da interessiert hat, waren das IT-Einsprachen. Wenn das nämlich im Baugewerbe ist, interessiert mich das als IT-Dienstleister null. Es wäre ja auch noch spannend zu sagen, hey, die Einsprachen könnten auch über Siem ablaufen, dann würde man sehen, kommt da überhaupt was oder nicht und sind diese Ängste berechtigt? Wir haben leider keine qualitative Auswertung der Beschwerden im Kanton Bern. Wäre ein interessantes Thema für mal eine Bachelor- oder eine Doktorarbeit, wenn sich jemand mal bei mir melden möchte. Aber ich kann mich dir eigentlich anschliessen. Wir haben halt unterschiedliche Perspektiven. Aus einer Gesamtsystemperspektive müssen wir da Sorge tragen, dass der Wettbewerb funktioniert, dass der Beschaffungswesen fair abläuft, damit wir auch gute Angebote kriegen. Das wollen wir als Beschaffende, ja. Aber aus der Perspektive des einzelnen Projektleiters bricht natürlich eine Welt zusammen. Wenn eine Beschwerde eintrifft, dann ist ein Projekt gestorben. Und mit diesem Spannungsverhältnis müssen wir leben. Ich berichte natürlich sehr gerne über Beschwerden, wenn Unternehmen das machen. Das ist natürlich klar, oder? Und es gibt auch einzelne Unternehmen, die sich dann bei mir melden und sagen, hey, wir haben Einsprache gemacht, willst du mit uns über die Gründe reden? Das kommt vor. Nicht allzu oft, aber zuletzt bei der Beschaffung des Kinderspitals. Die haben Epic eingekauft und der unterlegene Anbieter hat sich bei mir gemeldet. Wir haben dann eine Geschichte gemacht, eben mit dem Ziel, das Beschaffungswesen transparenter zu machen. Aber wir sind da auch angewiesen auf Inputs der unterlegenen Anbieter, die mit uns über die Gründe sprechen wollen. Die Frage geht an dich, Thomas. Gibt es beim Kanton Bärden Massnahmen, Aktivitäten, Schulungen, um eben gerade diese Angst, diesen Projektleitern wegzunehmen? Die Angst ist relativ schwer jetzt. Es ist begründet. Also ich kenne das jetzt aus der Sicht des CAIO. Wenn wir vier Jahre lang am IT-Projekt arbeiten und am Schluss wird das blockiert, weil eine Beschwerde vorliegt und das Verhaltungsgericht sagt, ja, wir nehmen uns jetzt Zeit und schauen das mal zwei Jahre gründlich an, dann ist ziemlich viel kaputt. Dann stellt sich auch die Frage, ist das wirtschaftlich aus Sicht der Verwendung der Steuergelder, dass wir da eine teure Projektorganisation zwei Jahre lang im Leeren drehen lassen. Also das Problem ist da. Aber das Einzige, was ich unseren Leuten sagen kann, arbeitet gut, führt faire, transparente Verfahren durch, dokumentiert eure Entscheide gut. Das ist das, was Marc Steiner heute auch gesagt hat. Und dann könnt ihr das Risiko nicht auf nur reduzieren, aber zumindest auf ein vertretbares Minimum, dass ihr eine Beschwerde habt, die euch dann das Projekt blockiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Angst wäre vielleicht geringer, wenn wir die Verwaltungsgerichte dafür anhalten könnten, schneller Entscheidungen zu treffen. Ein Wort in das Gerichtes Ohr. Ich habe auch schon im Unterlagen zum Neuen Beschaffungsrecht die Meinung vertreten, dass die Gerichte mit dem Neuen Beschaffungsrecht verpflichtet sein sollten, konsequent Zwischenentscheide über die Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu erlassen. Das tun sie aber in der Praxis sehr selten, sondern man sieht immer noch Gerichtsentscheide, wo steht, ja, nach zwei Jahren, wir entscheiden jetzt in der Sache und damit wird der Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegen Standflot. Das ist nicht die Idee, sondern die Gerichte sollen hier auch ein bisschen den Finger rausnehmen, sorry, und relativ schnell Rechtssicherheit schaffen, ob jetzt ein Projekt blockiert wird oder nicht. Aber da müssen sie mich nicht überzeugen davon. Vielleicht eine, zwei letzte Fragen. Ja, vielleicht tatsächlich um den Kreis zu schliessen. Die Frage nach Ausbildung, die wäre natürlich an dieser Stelle einfach zu beantworten. Sowohl das Bundesamt für Bauten und Logistik bietet Kurse an, wie auch die BF im Rahmen des CAS und die Larissa Fouad hat sicher da einiges mitgenommen. Also von daher sind diese Kurse publiziert und da wird über zwei bis drei Tage über Debriefing gesprochen. Und da kommt natürlich noch viel mehr Off-the-Record-Wissen und aus der Praxis. Also von daher ein kleiner Werbesputz zum Schluss. Ja, also definitiv. Ich habe das CAS Technologiebeschaffung gemacht und habe da einiges mitgenommen und ich denke auch meine ganzen Kommilitonen, von denen auch hier einige im Saal sind, auch insbesondere zum Thema Debriefing. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Vielen herzlichen Dank. Damit bleibt mir nur noch Ihnen zu danken für Ihr Interesse, meinen beiden Referenten und Referenten für ihren fachkundigen Input und damit wünsche ich Ihnen einen guten. Vielen Dank.